Kann ich offiziell verkünden, Hector wechselt nochmal den Verein. Am 27. Mai 2023 war für Jonas Hector Schluss, nach 347 Einsätzen für den FC Köln beendete er seine Profikarriere. In seiner Freizeit steht der Ex-Nationalspieler aber nach wie vor auf dem Rasen, kickt regelmäßig für die alten Herren seines Heimatvereins SV Ausmacher. Und dieses Hobby hat nun dazu geführt, dass Hector den FC endgültig verlässt. In seinem Podcast Schlag und Fertig erzählt der frühere Linksverteidiger die etwas kuriose Geschichte. Seit zwei Jahren habe ich mir die Gastspielerlaubnis für die alten Herren des SVA eingeholt bei meinem Stammverein, dem FC Köln, erklärt Hector und wollte es dieses Jahr genauso machen. Er sei noch beim FC gemeldet gewesen, da er hier seine letzte Spielerlaubnis als Profi erhalten habe. Zunächst habe alles wie gewünscht funktioniert, der FC habe die Gastspielerlaubnis unterschrieben und abgestempelt. Alles hat seinen normalen Lauf genommen, berichtet Hector. Nachdem Ausmacher den Antrag beim Saarländischen Fußballverband eingereicht hatte, folgte allerdings eine überraschende Rückmeldung. Der Jonas ist gar nicht mehr gemeldet, der FC Köln hat ihn aus dem Spielbetrieb abgemeldet, habe diese laut Hector gelautet. Wie kann das sein, dachte sich der langjährige Kapitän der Geißböcke. Schließlich habe der FC die Gastspielerlaubnis doch unterschrieben, ohne einen entsprechenden Hinweis zu geben. Ich konnte das gar nicht glauben im ersten Moment, zeigt sich Hector durchaus irritiert von seinem Ex-Klub und vermutet, vielleicht weiß da die eine Hand nicht, was die andere macht. Durch die Abmeldung seitens des FC musste er knapp eineinhalb Jahre nach seinem Karriereende noch einmal wechseln zurück zu seinem Heimatverein. Jetzt ist es durch, ich kann meinen Wechsel zurück zum großen SV-Ausmacher offiziell verkünden, sagt Hector im Podcast. Theoretisch könne er nun sogar für die erste Mannschaft in der Oberliga auflaufen, doch der 34-Jährige wird wohl weiterhin mit den alten Herren Vorlieb nehmen. Ich habe meine Spielerlaubnis und darf spielen aber eben nicht mehr für den FC Köln, hält Hector fest.